Unsere Männermannschaft spielt Krelbe beim TSV Marienfelde in der Altersklasse 30 plus. Das Team besteht aus drei Mitgliedern in der aktiven Spielversion und einer Betreuerin, das sind Jan Samulatz, Oliver Reuter, Leon Windner und betreut wird die Mannschaft von Deiner Fischer. Die spielen seit 25 Jahren zusammen in einer Mannschaft, haben angefangen in der Männerklasse in Berlin, sind in die Bundesliga aufgestiegen, sind mehrfach Deutsche Meister geworden, haben in der letzten Saison sich dann für den Schritt in die Altersklasse entschieden und sind auf Anhieb dort Norddeutscher Meister und auch Deutscher Meister geworden. Diese Mannschaft wohnt an zwei unterschiedlichen Städten, das heißt diese Mannschaft kann nie zusammen trainieren, wir trainieren jeder für sich und treffen sich zu den Spieltagen, zu den Turnieren, zu den Meisterschaften. Dieses Team hat den Preis am meisten verdient, dass eine Mannschaft ist, die als Einzelspieler gar nicht auffällig wäre, aber schaffen es dann Spiele in einer Qualität zu erreichen, was man ihnen einzeln nicht zutrauen würde und sie leben von dem Wir-Gefühl tatsächlich, jeder für jeden und es geht nur zusammen und auch nicht mit einem anderen.